Und zu guter Letzt möchte ich auch noch ein paar Sätze zum Thema Ausgaben rund um die Förderung von Kinder und Jugend sagen. Sie können sich sicher sein, dass auch wir erkennen, auch wenn vielleicht die Ausrichtung der einen oder anderen Jugendinstitutionen uns nicht schmeckt, dass diese Arbeit einen wahnsinnig wichtigen Beitrag leistet und dass wir ganz, ganz viel für unsere Jugendlichen und Kinder tun müssen. Damals waren viele Vertreter auch unter den unterschiedlichen Vereinen und Institutionen und Jugendtreffs vor Ort und haben die Probleme geschildert, die sie hatten. Insbesondere das Abschlussplädoyer von der Dame von der alten Feuerwache Wuppertal ist mir im Ohr geblieben. Das halte noch lange nach und sie sprach von depressiven Jugendlichen, von präsuizidalen Jugendlichen. Sie hat selber das Wort sexuelle Verwahrlosung in den Mund genommen, von bindungsarmen Kindern und Jugendlichen. Da kann man gar nicht genug investieren. Aber wenn wir dann auf der anderen Seite sehen, für was für einen Nonsens auch weiterhin Landesmittel fließen, also zum Beispiel diese Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit oder Mädchenpolitik oder Landesarbeitsgemeinschaft katholische Jugendsozialarbeit, das ist für uns absolut nicht nachvollziehbar, warum dafür Landesmittel zur Verfügung gestellt werden. Auch wenn wir die mal hier haben als Sachverständige in Anhörung oder so. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber ich verstehe die zum Teil gar nicht mehr. Und das liegt nicht daran, dass ich taub und blöd bin. Ich glaube aber, das würde ganz vielen Bürgern draußen vor der Tür auch so gehen, dass man das nicht mehr versteht, wenn nur noch von Pock und Cis und keine Ahnung gesprochen wird und Ständchen innen und so weiter. Was die auch für Veranstaltungen anbieten, das hat doch nichts mit Mädchenförderung oder mit Kinder- und Jugendförderung zu tun. Zum Beispiel kritische Weißseinsforschung, Angebote richtet sich an POC, Klammer auf, F-Sternchen, LTI, Klammer zu, mit Rassismuserfahrung. Oder aber Seminare richten sich an weiße Mehrheitsdeutsche ohne Rassismuserfahrung und so weiter. Was soll denn das? Das soll Mädchenförderung sein, für die Landesmittel fließen. Also da werde ich richtig sauer. Das kann jeder gerne machen, wenn er von mir aus in seiner Freizeit Queer Studies, Gender Studies studiert oder sonst was. Das muss aber nicht vom Land gefördert werden. Da hat kein einziges Mädchen was von, da hat kein einziger Jugendlicher was von. Das ist wirklich nicht nachvollziehbar. Wenn ich an dieses Gespräch denke mit der alten Feuerwache Wuppertal, die wirklich, wirklich aufgezeichnet hat, in was für einer prekären Situation sich unsere Jugend zum Teil befindet. Und dann werden die Gelder für so einen Nonsens, für so einen Schwan aus dem Fenster geworfen. Das muss sich dringend ändern. Und ich hätte mir auch gewünscht, ehrlich gesagt, dass sich das unter Schwarz-Gelb etwas ändert. Danke. Danke. Vielen Dank.